ja hallo meine lieben wir haben hier eine wohnung zu verkaufen wie ihr vielleicht aus meinen videos wisst ist das eine qualitativ hochwertige city wo alles gemacht wird wo alles tipptopp ist und wo der pool auch spätestens ab 1 juni funktioniert und auch noch bis ende september funktioniert und wir haben hier eine wunderschöne luft und wir haben hier eine wunderschöne gegend es ist auch für aufenthaltserlaubnis erlaubt die gegend nennt sich sugoes mahalle und wir haben hier lauter kleinbauern in der nähe die gebäude sind top bausubstanz und wir haben hier auch wie ihr sehen könnt kein rost gar nichts es ist alles hier wie geleckt dank dem guten hausmeister hier und der guten verwaltung und jetzt schauen wir uns mal die wohnung an gleich vorweg es sind eigentlich nur zwei stockwerke plus ein stockwerk als duplex wo man dann zur duplex wohnung gehen kann und in der wohnung kann man dann zur anderen etage und wir haben hier meistens skandinavische bewohner weil die ganze city das sind meistens schweden und denen und da sieht man auch an den namen und wir haben aber kein aufzug nur als hinweis wir haben unten noch einen extra raum wo manche als zimmer umgebaut haben oder als lagerstätte hobbyraum und wir haben keinen aufzug also wer probleme hat mit gehen oder wer schon über 80 ist braucht ihr nicht zu lange so und jetzt sind wir schon da das war und jetzt wir haben eine super aussicht so das ist die duplex wohnung katsch oder idea fünf zimmer fünf zimmer also vier schlafzimmer und ein salon hier haben hier haben wir das hauptwohnzimmer mit der wunderschönen stückdecke und hier haben wir die küche mit kühlschrank spülmaschine alles da was man braucht und es ist noch alles eigentlich top wir haben auch fliegengitter und das ist die herrliche aussicht also das kann man schon eine sehr schöne aussicht nennen dieses gebäude steht unter denkmalschutz das darf nicht abgerissen werden und wie schon gesagt wir haben hier lauter klein und das ist eine villa gegend denn hier vorne haben wir die millionärswillen das sind sehr hochwertige teure villen und hier haben wir die berge wir haben auch solar warmwasser anlage hier und da wäre kestel hier ist das hotel michel und da ist machmodlar und wir haben auch noch burgblick hier da ist die burg da seht ihr sie und eine top aussicht bis auf diese diese teilweise verrosteten sonnenenergie dinge ja wir haben hier auch solar warmwasser anlage und also ihr habt hier das nenne ich schon mit mir mehr blick und das nicht richtig ist richtigen burgblick und hier habt ihr wie gesagt keine ikamet probleme balkon ist riesengroß schaut euch den balkon an die wohnung kostet 229.000 euro ist wie gesagt in einer top gegend über den preis müssen wir hier reden über den preis kann man hier reden hier haben wir das bad da muss man auch nichts großartig verändern hier haben wir die eine dusche und dann gehen wir zum nächsten schlafzimmer hier haben wir noch ein schlafzimmer die aussicht vom schlafzimmer schaut so aus und da unten haben wir den pool wie gesagt hier in der anlage ist alles gepflegt und hier haben wir noch mal ein balkon mit dieser wunderschönen aussicht herrliche aussicht ich war selber schon oft hier unten auch im sommer oder frühling gesessen und haben tee getrunken weil die aura ist hier einfach herrlich hier die andere seite wir sind hier in einer gegend da ist bauhöhen stopp von maximal fünf wohnungen fünf stockwerken und hier wie gesagt 12 und der rest gehört dann den duplex besitzern klimaanlagen sind auch schon drinnen und wie ihr sehen könnt hier nichts mit rost oder was denn der hausmeister wie schon gesagt ist hier top so und jetzt gehen wir rauf hier hatten jetzt drei zimmer hier haben wir die klimaanlage so jetzt gehen wir rauf wie gesagt hier ist aufenthaltserlaubnis no problem wie man sehen kann gibt es auch hier die kinder im haus dann haben wir hier nochmal ein bad noch mal ein bad dusche das ist die fußbodenheizung dann haben wir hier nochmal ein schlafzimmer mit dieser aussicht und jetzt gehen wir ins nächste zimmer hier haben wir nochmal ein zimmer ein schönes großes schlafzimmer und das besondere wir haben hier diese wunderschöne terrasse mit dieser mega aussicht also sowas zu finden ist schwer und selten sowas zu bekommen wir haben hier tonbedachung tonziegel und da oben ist eure warmwasseranlage solar warmwasseranlage so dass ihr nur noch ein zwei monate im jahr wenn beschissenes wenn schlechtes wetter ist drei monate im jahr warmwasser besorgen müsst ich könnte jetzt die jacke auch ausziehen also hier haben wir die terrasse natürlich wenn man hier lebt und sich dann vier pflanzen zurecht stellt dann ist das ganze natürlich noch schöner die aussicht ist schon gigantisch und hier die menge aussicht nach da oben herrlich wirklich herrlich okay meine lieben so viel mal von mir also wer lust hat auf diese wunderschöne große fünf zimmer wohnung es wird voll ausgestattet übergeben so wie es sehen tut und ist wirklich immer gar nicht hier weg weil die aussicht so mega ist ja und wirklich super ja hier wie gesagt fliegengitter müsste mal wieder geölt werden die tür müsste nicht geölt werden dann haben wir hier das fenster kleine wasserschäden gar nichts alles top wie gesagt ein mega hausmeister ist hier tätig auch immer lieben so viel mal von mir wer lust hat meldet sich wer interessiert meldet sich über den preis kommen wir reden wie gesagt allerdings gibt es halt mehrere vorteile wie auch die terrasse wie auch dass hier alles gepflegt ist alles gehegt ist nebenkosten sind aber 100 euro im monat warum ist das so wie aber hier alles funktioniert ihr könnt nicht erwarten dass irgendwas 30 euro kostet und dann passt alles ja das also oder weniger das klappt dann selten okay so viel von mir liebe grüße meldet euch bis zum nächsten video also vorteile ich kam mit no problem pool ist ab juni spätestens geöffnet bis ende september auf jeden fall alles gepflegt und wie ihr sehen könnt ihr müsst hier gar nichts machen alles super so bis zum nächsten video tschüss tschüss dann cost test 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.